Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Runde Meditation durch den Radio. Heute haben wir in unserer heutigen Folge eine wunderbare Dame am Apparat, welche sich Beschwerden aneignet über ihre verpilzten Füße. Und damit herzlich willkommen zurück zu Eltenring. Ähm, ja, ich habe jetzt, oder wir, das gesamte, wo ist die Maus da, das gesamte Gebiet hier und diese kleine Insel, wo ist die Maus, da ist die Maus, äh, erforscht, alles gedutet, was ging. Dahin soll, dort sollte ich noch nichts machen, lieber dort ist noch eine Dame, die gefangen ist, die sich von mir nicht befreien lässt, und da ist dieser Todesvogel. Ja, ähm, okay, folgendes. Ich glaube, ich gehe jetzt da durch, schau mir an, was hier oben ist, vermutlich noch ein Siegelgefängnis. Ähm, schau mir an, was hier ist. Hier so, hier ist dann so meine Grenze, und gucke, wie es dann hier weitergeht, in diesem Waldbereich. Okay? Okay. Gut. Oh nein, Attack on Titan. Hilfe, Kamerasteuerung, du bist mal wieder himmlisch. Au. So. Oh, ich bin müde. Ops. Nein. Junge, rät mich ab. Weich aus, wenn ich die Leertaste drücke. Dankeschön. Du kleiner Pisser, wo kommst du denn jetzt her? Dankeschön, schätze ich mal. Du früh gesprungen. Ey, ich war in der Luft, wie hast du mich erwischt? Ja. 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 Das hat geklappt alles im Network-Test. Aber gut, damals hatte ich auch keinen Zweihänder. Nice. Ich hab nur noch eine Flasche. Nicht so nice. Nicht so nice. Ja. Ach man, ich hab auch nur für mich zu schießen, Mann. Ja. Ja. Vielleicht ist das hier einigermaßen sicher. Ich heile mich mal. Oh, was hast du für mich? Ja. Soldatenbeinschützer. Das soll ich probieren. DolTS. oh cool ach ja stimmt ja das feature gab es ja auch noch mit der dinge herr war und das war der das kann ich scheinbar nicht kaputt machen ja nein das ist viel zu fett diesmal kam ich viel einfacher durch als im network test ein baum ist hier noch so ein goldener samen ja goldener saad der baum ist ein neuer den gab es nicht im network test glaube ich voll cool buchte heute neben büschel entgegen okay nein Nice 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 Beste Waffe für Kavallerie So, waren das jetzt alle Aber kann ich den Klumpen überhaupt schon? Ja, Klumpenfleisch, okay Voll die Sturmwölfe Yay, Network Äh, Network-Test, sag ich Gnadenfurt Nice Ich lade mich schon mal auf, wenn ich Wenn ich schon hier bin Wäre gut Das ist die Hütte von Dark Souls, genau Aus der Untotensiedlung, habe ich schon gesagt Oh Oh Oh, Rotkäppchen, bist du das? Stell dir eine Schlüssel Yay Oh Hallo Oh Oh Ah Okay Okay Der Spinnenboss? What happened to you? Nein, deswegen gehe ich dort nicht hin Mädel, aber ich bin einfach zu Angst Ich habe nichts, aber ein Graven Mädel, wovon redest du überhaupt? Wer will das schon? Oh, ich weiß Kannst du diesen kleinen mit dir mit dir nehmen? Oh Oh Dankeschön 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 Das war Werd doch nicht zur Puppe. Warum, Mädel? Wovon redest du? Wovon redest du? In Moment. Was liegt hier auf dem Herdchen, mein Mädel? Aber danke für die Qualle. 31 FP Kosten. Okay. Ähm. Puppen. Okay. Und ne Spinne. Habe ich noch nicht. Mädel, was ist los mit dir? Warum willst du zur Puppe werden? Egal, okay. Ähm. Ich hoffe, diese Dame hier überlebt wenigstens. Ich meine, immerhin sie ist nicht blind. Also, immerhin im Sinne von... Äh. Dass sie weniger Gefahr läuft... zu verenden, meine ich damit. Hallo? Kann ich da echt nicht hochen, also? Oh. Ist da noch so ein Ding irgendwo? Da sind zwei Stühle. Okay. Na gut, schauen wir uns mal erst mal die Ecke an. So. All die Hopp. Bump, 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 Bump. Hey. Da hat das... Ach, nö. Ich stehe schon wieder. Guck mal, wie schnell schwingst du eigentlich dein Schwert. Wow. Sehr effektiv. Burg Sturmschleier... Sturmschleier. Ich glaube, jetzt verstehe ich, warum die Burg so heißt. So. Ich sollte mich vielleicht erst mal da an der Felswand umschauen. Vielleicht gibt es dort noch irgendwas Interessantes. Wie Kot zum Beispiel. Oder eine Herber. Okay. Und noch mal Kot. Was ist das? Nix. Oh, Herber. Vier Stück. Nice. Oh, Quallen. Okay. Ein bisschen nur Quallen. Wow. Interessant. Die anderen werden nicht... Okay, werden doch getriggert. Okay, da komme ich nicht hoch. Ach, hallo. 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 Oh, Mensch. Und du? Na also, geht doch. Keine Zeit für Unsterblichkeit. Keine Zeit für Unsterblichkeit. Danke schon. War ich hier das Friedhof und sicher eigentlich? Hallo? Nein. Hier. Dankeschön. Ich könnte ja mal die Laterne einschalten. Oho. Au. Mann. So. So. Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Der Friedhof ist jetzt sicher. Ja. Oder eher unsicher, je nachdem wie man es sehen möchte. Aber gab es hier nichts weiter? Nope. Scheinbar. Oho. Okay. Boah, sind hier viele Quallen. Und viele Friedhöfe. Oho. Und warum sind die zwei rot? Oho. 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 Schwede. Kommt, da hat einfach ein Skelett aus einer Qualle heraus materialisiert. Wow. Oho. 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 Ich erwarte eigentlich, dass er mit zwei Händen schneller angreift. Magiefetz. Dreimal. Und eine Gräber-Tallilie. Oho. 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 Okay. Oh, noch eine Kleberteil, Lili. Das ist ja cool. Bluthose, dreimal. Okay. Asche der Soldaten von Gottrick. Nice, so viel Loot hier. Okay, schauen wir uns mal Magiefett an. Äh, Waffenüberzug verursacht Magieschaden. Ah, ja. Verfestigt das Fett aus verschiedenen Materialien mit magischer Resonanz. Okay. Gut. Oh. Ah, ein Pilz. Alter. Junge. Komm her, du. Die Dragon Quest Monster. Schild des Sonnenrechts. Ey, so viel Loot und so in einem kurzen Gebiet. In einem kleinen Gebiet. Nice. Ah, ach. Dankeschön. Hast du noch was für mich? Nein. 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 Gut. War das hier alles? Das war hier scheinbar alles. Gut. Dann folgendes. Rose. Was macht die Rose? Also, die riecht gut, ja, aber das meine ich nicht. So. Er blüht auf... Ach, Blutrose. Er blüht auf blutgedrängtem Boden. Blutrosen, die in blutgedrängtem Boden blühen. Besonders bei jenen Geschätz, die dem Fürsten des Blutes dienen. Gepriesen sei seine unausweichliche Herrschaft. Und was war noch? Das Schild. Ich hab ein Schild bekommen. Schild des Sonnenreichs. Okay. Ein ziemlich verschlissener Ehrenschild verziert mit einem Bild der Sonnenstadt. Oh, Tatsache, das ist ja ein Bild. Der thron der Sonne ist längst gefallen. Nur dieser Schild erinnert heute noch an seine ruhmreiche Vergangenheit. Dann sind diese Skelette also Soldaten vom Sonnenreich. So wie ich das verstehe. Okay. Okay. Oh, ach so. Ich höre doch Leute auch noch stehen. Wow. Bäh. Och, Mann. Echt jetzt? Warte mal. Mann, 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 Mann. So. Friedhof ist exorziert. Da geht's noch runter. Herbar. Eine Herbar. Okay. 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 Ich heile mich mal lieber. Ich habe schon 10.000... Oha! 10.000 Drohnen, Zeit für ein Level-Up. Sag mal, was für ein Geschick habe ich jetzt? 19. Oh, Moment! Fliegel! Ja! Ja! Fliegel! Wie cool! Yay! Voll cool. Schade, dass hier nichts weiter ist. Okay. Da ist ein Schädel. Oh, lol! Habe ich ihn fast zerdrückt oder was? Okay, interessant. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Oh, hallo! Oh, hallo! Und nochmal Federmäuse. Nice! Oh! Steingurlums. Da kommt die Federmausbande. Helikopter, Helikopter! Hehehe! Voll cool! Voll cool! Oh, hallo! Interessant, dass hier so viele Steingurlums rum sind. Oh! Die eine Federmausbande ist wahnsinnig. Das sehe ich sofort. Ja. Dennis? Ich nehme die Augen. Oh! Oh, hallo! Oh, hallo! Ja. Das ist jetzt. ich will mal was probieren haben die was getroppt erst mal nein wohin fliegst du eigentlich man genau 11.000 abgefahren wie Meister Uwe 1 sagte ich wollte schon sagen der ist ja noch ganz und fast kaputt ich will meine Seele nicht verlieren und nicht mit dem Flegel gegen ihn kämpfen überhaupt nicht folgendes ich level ab und dann kehre ich nochmal zurück ist das ein Plan ich glaube das ist ein guter Plan Stufenaufstieg äh hmm ich kann die Doppelklinge verwenden geil aber auch nur mit diesem Talisman ne yo vielleicht gehe ich jetzt mal auf mehr Geschick also mehr auf Geschick bestätigen yes stimmt ich habe ja die Doppelklinge ich habe ja die Doppelklinge ja geil haha zoom 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 nice zoom 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 ha voll cool ja Bayblades oh wie cool ist das das muss ich ausprobieren aber erstmal besiege ich den großen da das mache ich indem ich den Zweihänder verwende hi 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 Zweihänder nice boing boing Häschen hüpf so Riese ich komme zu dir nicht aus dem Kontext nehmen Dankeschön so wo bist du da liegst du oh 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 jetzt habe ich die Fählermäuse noch am Hals boing Junge oh lol sag bloß ich kann ihm die Dinger kaputt machen Dankeschön Dankeschön vielen Dank komme ich in oh lol ist er tot? nein der lebt doch ok die Dinger sind einfach sehr aktiv ja wow daneben oh goldene Grune ey mach schweren Eingriff bitte Dankeschön nice 3000 oder 1000 habe ich bekommen keine Ahnung das war's kein Item na gut da war ja auch fast kaputt gibt's noch einen von einem golen auf dem golen Friedhof nein das ist zu hoch für mich ist das eine Kabelkarte fläht damals die da rum guckt oh nice nee hör auf oh okay die hat das überlebt okay oh hier ist der was ist hier gekreuzte beine irgendwo ein mini riese oder so okay immerhin eine geste auch gut na komm stumm winz also gut das war diese zunge hier oder ja das war alles weiter geht's nach osten ach ja ich hab doch eine neue aufladung bekommen stimmt ja und da lag ein item rum was auch immer hier passiert ist okay haben die sich alle selbst erschossen dürfen da ist der riese okay warum sind die hier seltsam sehr seltsam äh flaschen jawohl also hab ich das schon gemacht hab ich das schon gemacht ach das war eine heilige träne ach nein im moment die heiligen träne hatte ich doch schon ich bin schlau her moment hatte ich nicht hatte ich nicht eine goldene saat bei dem gelben baum dort gefunden na hier na also wird anzahl der nutzungen der heiligen der heiligflasche flaschen flaschenaufladung mitzufügen ja nicht genug goldene saat okay brauche ich jetzt zwei oder was moment wie hier die qualle die kleine qualle wie sieht die aus eigentlich kann ich die hier beschwören nein kann ich nicht okay die schaue ich mir dann an irgendwo wo ich kann so was haben wir hier diese steinwürmer was machen die hier warum sind die hier da ist ein wolf glaube ich da ist ein da sind zwei söldner äh okay erstmal schaue ich mir die ruinen da an oh das ist noch eine riese okay boah alter dieser windnebel ne der ist stark also sehr dicht mein ich oh gut daneben nicht hier war ich noch nicht war 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was war das gerade? Warum hast du nicht angekriegt? Okay, das ist nicht so gut. Okay, das ist nicht so gut. Okay, das ist einfach nur ein Ries, der gibt einem nichts unbedingt. Also nicht unbedingt was. Ah! Hallo! Stärke, Knoten, Kristallträne. Okay, hallo! Kurzzeitiger Stärkeschub. Eine Kristallträne, die langsam im Laufe vieler Zeitalter dort heranwucht. Das resultierende Gemisch steigert kurz eure Stärke. Guck, ist alles sehr selbsterklärend. Nein, nein, da war ich doch noch nicht. Oh, ich bin ja intelligent heute. Jetzt ist hier noch was. Ja, irgendwo. Eroberfrucht, alles klar. Wo viele Wölfe hier? Gibt's da was? Uiuiui. Da gibt's nix, oder? Hm. Da sind diese Dinger. Oh, hallo! Oh! Mit her. Okay. Äh, ich hab da was für dich. Äh, ich hab da was für dich. Ich hab da was für dich. Nice. Okay. Dann schauen wir mal, wen haben wir dort drinnen. Obwohl, will ich das jetzt machen? Das ist ja bestimmt so ein Bosskampf. Äh, ich schau mir mal an, was es da drinnen gibt. Und... Ah, das löst noch. Komm her. Okay. Oh. Okay. Oh. Oh, ein Wolf. Oh, ein Wolf. Oh, ein Wolf. Oh. Oh, noch ein Wolf. Was ist das? Oh. Okay. Gottdreck, Soldatenwappenbrock. Habe ich das schon? Nein, hatte ich nicht. Das habe ich zum ersten Mal bekommen. Nice. So, und was haben wir hier? Weitschusstales. Mann. Oh. Erhöht die Schussweite für Bögen. Cool. Nice. Ein Talisman mit dem Bild von drei Pfeilen. Wird bevorzugt mit besten Jägern getragen. Erhöht die Schussweite für Bögen. Okay. Das war es hier schon. Geht es da nicht hoch? Oder so? Scheinbar nicht von hier. Okay. Ach, das ist eine Fackel. Ich dachte mir, da ist irgendwie ein Feuerellicht. Vermutlich geht es von da, da hoch oder so. So viele Wölfe hier. So viele Wölfe hier. Ich announceds graphics. Ich hätte euch noch nicht wie ein Feuerellicht. So viel. Okay. Oh, Wasser. Den könnte ich mitnehmen. Da gibt es immer so viele Seelen. 400 oder so. Seelen, sag ich hohen nennen. Boah, zwei Riesen. Drei Riesen sogar. Vier Riesen, da hinten hockt einer. Oder macht sein Geschäft. Oder keine Ahnung. Die Schildkröte oder so, keine Ahnung. Geht es da nicht hoch? Gibt es da oben überhaupt was? Nope. Gut. Wenn du abstecken sollst, steckst du nicht ab. Nimmst du den Großen? Man, 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 man. Oh, was? Wieso wird du nicht gestunnt? Okay. Wenn du nicht gestunnt werden willst. Okay, das war jetzt so unnötig gerade. Drei Riesen. E, 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 Toki E, Jungen. I'm going to shoot . Nein, Gott! Ah, das geht doch. Dankeschön. Oh, Trinas Lilie. Gibt es hier Goldkäferschön? Keine Goldkäferschön? Nein. Nein. Okay. Okay, dann da oben. Dann geht es jetzt da oben weiter. Oh, Herba. Oh. Okay. Interessant, warum? Äh. Was ist denn du? greift mich halt ein Steinbock an plötzlich komm hoch Dankeschön ok machen halt einfach nix seltsam na gut so das war's hier ok dann schauen wir uns mal den wald an hallo oh man wo brandpfeil also ja ok süße rosine dankeschön hier ist nix da ist nichts nope da ist nun der riese so so Oh, eine Hütte. Und ein Ritter mit einem Zweihänder. Ja, nice. Mit einem sehr kurzen Zweihänder, Joggi. Nice. Ha. Hallo, guten Tag. Hütte des Kriegsmeisters. Okay, hallo. Ja, mein Glaube ist unabschütterlich. Ich bin Bekenner, falls du das nicht an mir erkennen solltest. Ja, du bist ein Tarnischt, durch und durch. Das macht mich zurück. Das ist eine Qualität, die jetzt mehr als immer braucht. Das ist ein Tarnischt. wie du. Oooooooooooooooo Gute Pernal! Die Todeskirche in der Kampf. Die Todeskirche. Achso, das... Ah, es ist das. Okay. Kriegsasche tritt. Aha. Tritt stoßen den Gegner mit einem hohen Tritt zurück. Effektiv gegen abwehrende Gegner und kann sogar ihre Haltung brechen. Manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste. Okay. Das ist Beharrm. Das ist Kriegsgepull. Okay. Das ist Wirbelhieb. Nice. Aufspießender Stoß. Okay. Schnellschritt. Oh. Sturmklinge zur Verwendung mit Schwerten, also mit gigantischen Waffen und Doppliklingen. Ah, schade. Parier, äh, Parade. Okay. Kriegsasche kein Talent. Zur Verwendung mit Schilden und Fackeln. Okay. Okay. Diese Kriegsasche, fürseit einer Waffe, die Affinität schwer... Ach ja. Beharrm, verankert eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Kriegsgepull. Kriegsgepull erhöht mit einem Kriegsschreit die Angriffskraft. Solange diese... Okay. Äh... Solange dieser Effekt wirkt, werden starke Angriffe als aufgeladene Angriffe ausgeführt. Aha. Wirbel hieb ein Lieblingstalent, geschickter Krieger, wirbelt herum und schützt dabei Gegner auf. Ach, das Ding, wie beim Falk schon, genau. Dadurch weitere Eingabe... Durch weitere Eingabe könnt ihr wieder einem Angriff nachsetzen. Aufspießender Stoß. Affinität solide, okay. Ein Talent... Ey. Das entwickelt wurde, um Schilder mit durchbohrenden Waffen zu überwinden. Lammelt eure Kraft und springt vorwärts und die Abfälle des Gegners zu durchdringen. Okay. Äh... Schnellschritt. Ein Talent für geschickte und flinke Krieger. Führt ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Äh... Das klingt interessant. Sturmklinge. Ein verlorenes Talent aus Sturmschleier. Eure Waffen wird von heulenden Stürmen umhüllt, die sich schnell hintereinander nach vorn abfeuern lassen. Außer mit gigantischen Waffen. Also nicht mit Zweihänder. Schade. Parade. Ja, das ist klar. Ja. Ja, okay. Hm, kaufe ich mir hier was? Einmal gigantische Waffen. Ist... Ist meine Klinge gigantisch, die ich jetzt habe? Okay. Äh... Riesenschwert. Aber ist das gigantisch? Hm. Hm. Ich würde, glaube ich, die vier hier probieren wollen. Oder Wirbelheep mit dem Zweihänder. Okay, also kommt es. Das hier hätte ich gerne. Jawohl. Oh. Das hier hätte ich gerne. Jawohl. Das hier hätte ich gerne. Ach, kommt das ja auch, wieso nicht? Until we meet again. Until we meet again. Yes, genau. Äh... Kriegsasche. So, jetzt bin ich gespannt. Was geht und was geht nicht. Okay. Aha. Okay, dieser Windzauber geht also nicht. Wirbelheep auch nicht. Aha, das ist also eine gigantische Waffe. Riesenschwert. Interessante Übersetzung. Hm, ich würde gerne mal beharren, probieren. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Keine Ahnung, wie ich das verwenden soll. Hm. Ach, Mann. Ah. Achso, nee. Ach, Mann. Das hier. Was ist mit der Ansicht jetzt los, Manu? Ah, Kriegsgebull. Mal gucken. Neun. Sechzehn. Aha, okay. Äh... Äh... Wird ich nicht irgendwas können? Äh... Moment, der Anker. Er braucht nur einen Anker. Die kann ich sogar verwenden. Was hat der? Wachbarenpullen. Ach so. Das ist was anderes. Ah, das ist auch so was ganz anderes. Alles klar. Okay, was macht der Kriegsgepull nochmal? Während er im Krieg schreit die Angriffskraft. Okay. Und hier verstorzt er ein spezialisches Gepull auf dem Kampfgeist und Angriffskraft zu stärken. Aha, solange dieser Effekt wirkt, werden starke Angriffe als wilde Kombos ausgeführt. Okay. Alles klar. Schnellschritt. Hm. Hehe. Cool. Cool. Okay. 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 Interessant. Interessant. Aber gut, das lasse ich erst mal. Ja, das lasse ich erst mal. Folgendes, ich nehme mal ein Schwerd. Zum Beispiel Ich nehme mal meinen Morgenstern. Ah, geht nicht. Dann nehme ich mal meinen Breitschwerd. Aha, okay. Stoßhagel, Schnellschritt. Wirbelhieb. Dunkel, genau. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Äh, und das da. So. So. Voll cool. Das kann ich... Das kann ich... Machtstoß oder so. Nice. Okay. Ah, okay. Gut. Ja, ja, okay. Kriegseinschiff, bla, bla, bla. Ähm. Was ich mir nehme, weiß ich noch nicht. Ich schaue noch mal hier den Wirbelhieb mir an. Äh, ja, komm, Standard. Hä, voll cool. Okay. Und jetzt kann ich, kann ich mit der Claymore einen Wirbelhieb machen oder ist das schon wieder zu groß? Ich kann. Oh. 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 Oh, das wird lustig. FP kosten 6. Alter, wie cool. Nice. Aber okay. Äh. Gut, ich mache Schluss für heute. Das wird sonst viel zu lange. Ähm. Danke fürs Zuschauen. Äh. Bis zum nächsten Mal. Wir werden weiter das... Ähm. Da hier waren wir. Da sind glaube ich die Riesen. Also das Gebiet weiter hier erkunden. Das letzte Stück. kleine Und bis zum nächsten Mal. Bye. Ey. Vielen Dank.